Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Wir begrüßen heute einen Künstler, über dessen Stil Geis mal gesagt hat, starke Kontraste, sehr expressiv in seinen Ausdrucksformen und ja, super ikonisch. Ich meine, immer noch Geis, er hat einfach sehr ikonische Karten illustriert für dieses Mystical Archive und hat meines Erachtens neue Standard Artworks für diese Karten geschaffen. Heute bei uns zu Gast der goldene Tasty Gewinner 2021 in der Kategorie bester Newcomer Dominik Mayer. Hallo, freut mich da zu sein. Los geht's! Hallo! Hallo und herzlich willkommen. Hallo Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind ganz aufgeregt und freuen uns sehr, weil in unserer großen Reihe von Künstlerinnen und Künstlerinterviews haben wir ja schon unzählige Interviews geführt und jetzt sind wir beim zweiten angekommen. Genau, im letzten Jahr, erinnert euch vielleicht, wir haben mit Siddharth Stachowedi gesprochen. Hört da gerne nochmal rein. Das war eine englischsprachige Episode. Heute bleibt es ganz deutschsprachig, denn Dominik ist uns woher zugeschaltet? Aus Nürnberg. Hallo ihr beiden. Freut mich da zu sein. Schön. Ich habe auch extra nochmal auf der Seite Nürnberger Spezialitäten geguckt für unsere Speisenfolge, die wir gleich noch haben. Was da Tolles gibt. Du kannst dann sagen, ob es das auch gibt. Ja, Geis, was haben wir vor? Genau, ich würde sagen, wir springen, wir hüpfen einfach rein in die Vorspeise, erklären ein bisschen, was es so Besonderes gibt zu dieser Folge und dann stellen wir ein paar schlaue Fragen und lassen unseren Ehrengast sprechen. Genau, und zur Vorspeise servieren wir natürlich ein traditionelles alkoholisches Getränk aus Nürnberg, den Nürnberger Whisky. Hä? Habe ich hier gelesen. Gibt's? Hochburg der deutschen Whisky-Szene. Gibt's. Aber es gibt doch in jeder Stadt einen Whisky, oder? Deutschlands ältester Whisky-Club ist in Nürnberg. Ja, steht. In Nürnberg. Auf tourismus.nürnberg.de Also da kann ich schon was so zu sagen, das gibt's. Aber ich weiß nicht, ob's ikonisch ist, also das muss ich jetzt sagen, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es gibt hier in Nürnberg die sogenannten Felsengänge und das sind unterirdische mittelalterliche Tunnel und da wurde früher viel Bier gelagert, also dass es kalt bleibt und so weiter. Und da ist unter anderem auch eine Whisky-Produktion mit drin, aber wie alt die ist und wie traditionell und so weiter und ikonisch, das kann ich gar nicht sagen. Okay, also in Nürnberg natürlich auch bayerische Biertradition. Ich wollte jetzt nur ein anderes Getränk mal erwähnen. Aber genau. Stimmt, Nürnberger Bier jetzt zu sagen, wäre auch irgendwie langweilig gewesen. Der ist langweilig, ja. Genau, aber damit sind wir elegant in der Vorspeise gelandet und Geis kann mal kurz einen Überblick geben, was wir jetzt gleich machen. Genau, zur Vorspeise heute nur ganz kurz, so eine kleine Bedienungsanleitung für diese Episode. Wir werden mit Dominik gleich ganz viel über seine Artworks, über ihn, seinen Weg zu Magic und so weiter sprechen und natürlich die Karten, die er illustriert hat. Und wir werden diese Karten auch immer wieder erwähnen. Und wenn ihr diese Karten und die Artworks sehen wollt, dann schaut doch mal in eurem Podcatcher auf die Kapitelbilder. Denn dort könnt ihr die dann direkt sehen. Also ihr müsst nicht irgendwo extra nochmal ins Netz gehen oder irgendwie nochmal googeln oder bei Scryfall nachschauen. Wir betten die quasi direkt für euch ein. Nicht in der allerbesten Qualität, aber ihr könnt sie zumindest sehen. Wenn ihr die Bilder hochauflösender sehen wollt, dann ist natürlich Scryfall die Adresse, wo ihr hingehen solltet. Oder bestimmt, können wir vorstellen, eure Kartensammlung, denn da befindet sich sicherlich auch der ein oder andere Schatz aus der Feder von Dominik. Genau, außerdem lohnt es sich gut zuzuhören. Nicht nur, weil Dominik ganz viel Interessantes zu erzählen hat, sondern weil es am Schluss auch ein Gewinnspiel geben wird. Da fragt man nichts ab, aber wir verlosen noch was und was, das sagt man am Schluss, ne? Ich würde es jetzt gleich erwähnen, am Schluss, wie man mitmacht. Dann skippen alle nach hinten. Nein, gut, was gibt es denn zu gewinnen, guys? Das machen sie sowieso, wenn sie wollen. Was gibt es denn zu gewinnen? Bleibt hier. Es gibt, Dominik hat für uns, Dominik, sag du es? Ein Artist Proof von Avenger of Syndica. Illustriert hinten mit einer kleinen Skizze drauf. Originalskizze, heute angefertigt, haben wir gehört, exklusiv, in Nürnberg entstanden. Ich habe ja tatsächlich auch mal zu Weihnachten von einem guten Kumpel vollkommen überraschend aus dem Nichts heraus einen Artist Proof von dir bekommen und war höchst erfreut über diese tolle Skizze. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, mit welcher Seite ich es spiele. Mit der Seite, wo dein Artwork drauf ist oder mit der Seite, wo deine Skizze drauf ist. Richtig, richtig cool. Lohnt sich auf jeden Fall, dieses Ding zu bekommen. Aber das wisst ihr eh, denn selbst wenn ihr die Artworks von Dominik überhaupt nicht mögt, ist das einfach eine ziemlich gute Karte, die, glaube ich, jeder in irgendeinem Commander-Deck irgendwo spielt. Also deiner ersten Artist Proof, den ich gemacht habe, da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu tatsächlich. Ich meine, die ist nicht besonders lang und aufregend, aber es gibt eine. Erzähl mal. Was war denn so die Karte erstmal? Das war Time Warp aus dem Mythical Archive und ich arbeite mit Marc Aronowitz zusammen, der in New York sitzt und der handelt meine ganzen Artist Proof Verkäufe und alles, was so mit Magic und den Artworks, den Verkäufen zusammenhängt. Und wenn jetzt jemand da was bestellen will, dann meldet er sich bei dem. Und dein Kumpel hat sich offensichtlich bei ihm gemeldet und hat dann das bestellt. Und das war ja kurz vor Weihnachten, irgendwie im November, glaube ich. Und das dauert immer relativ lang, bis dann die ganzen Artist Proofs bei mir sind, bis er da die alle eingesammelt hat, die ganzen Bestellungen. Und bis ich dann wirklich dazukomme, die alle zu machen, da gehen meistens schon ein, zwei, manchmal drei Monate ins Land. Und dann kommen noch ein paar Karten, die ich signieren muss oder darf und die schicke ich dann alle in einem Paket wieder zurück, damit dann eben nicht so viele Pakete hin und her fliegen müssen. Und naja, ich habe mir schon gedacht, dass die Karten, die da so vor Weihnachten kommen, vielleicht so als Geschenk gedacht waren. Und da habe ich extra nochmal nachgefragt, gerade bei deiner, weil ich glaube, das war eine der Letzten, die da so reingetrudelt sind, ob das eben für Weihnachten ist und ob ich da mich beeilen soll, ob ich das noch schnell vorher machen soll. Und dann hieß es eben irgendwie, nö, das wurde nicht erwähnt, alles gut. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so in der Art. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das halt über Weihnachten, das passt ja auch irgendwie so. Und dann hat sich aber dein Kumpel doch nochmal gemeldet und meinte, er braucht das zu Weihnachten. Und dann habe ich doch nochmal ganz schnell beeilt und den fertig gemacht. Und der kam dann leider nicht mehr rechtzeitig an, weil das dann doch zu nah dran war. Aber ich wusste ja nicht, dass es für dich ist. Nee, ich auch nicht. Wir waren ja sogar schon im Kontakt vorher. Genau, das war das Lustige. Und dann habe ich dieses Ding bekommen und das Ding ist, der hieß auch Martin, der Telekommander, Telekommander nennt man immer, in unserer Playgroup. Mit dem hatte ich gar nicht so viel gesprochen über deine Artworks. Aber ich weiß nicht, ob er es mal aufgeschnappt hat oder ob er da selber auch hingekommen ist. Plötzlich hielt er dieses Ding in der Hand und ich war total baff, weil wir waren gerade mitten in der Vorbereitung für den Golden Tasty. Und dein Name und deine Artworks waren mir sehr, sehr präsent, auch dieses Artwork. Und dann wedelte er plötzlich mit dieser Karte vor meiner Nase rum und ich dachte, was ist hier los? War ein ganz toller Zufall, eine wunderschöne Karte. Ich habe sie auch sofort in mein fieses Narset-Deck eingebaut und auch spielen, casten können und einfach noch, genau, die Karte, den Effekt gleich verdoppeln können und dann irgendwie zweimal Time Warpen dürfen. Also ganz, ganz großartig. So, genug. Ihr könnt ein Avenger of Zendika gewinnen, kein Time Warp. Und wie, das hört ihr am Ende der Folge. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Hauptspeise und ich traue mich nicht, das auszusprechen. Martin, kannst du das? Genau, ich habe hier noch einen tollen Snack recherchiert und Dominik darf dann gleich sagen, ob es den tatsächlich gibt. Und der heißt Drei im Weckle mit Kraut. Klassiker der nürnbergischen Imbisszene. Das ist allerdings sehr ikonisch und richtig, ja. Drei im Weckle mit Kraut. Was ist da drin? Was ist denn das Weckle überhaupt? Genau, da fangen wir mal damit an. Also das Weckle heißt eigentlich Weckler oder Weckle. Ja, Weckle kann man auch sagen oder Weckler ist eigentlich egal. Ja, das kann man beides sagen. Und letztendlich ist es einfach ein Brötchen. Also so ein Weißbrot, so ein kleines. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie man das, da gibt es ja verschiedenste Wörter. Also hier in Franken sagt man auch Semmelbrötchen. Na klar. In Berlin Schrippe. Ich komme aus Sachsen, da sagt man auch Semmel. In Berlin sagt man Schrippen. Und Semmeln sagt man zu denen, zumindest viele sagen das, zu den Doppelbrötchen aus irgendeinem Grund. Ja, so ein kleines, so ein kleines weißes Brötchen. Und da sind dann drei Nürnberger Bratwürste drin. Die sind vom Grill. Deswegen drei. Die sind auch wirklich nicht groß. Die sind wie so ein Finger. Trifft es ganz gut, glaube ich. Und die dürfen, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur in Nürnberg produziert werden. Sonst darf man sie nicht Nürnberger Bratwürste nennen. Und die kommen dann da rein. Und dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten des Toppings. Also kann man entweder mit Senf oder der Banause macht dann vielleicht noch Ketchup drauf. Was? Nein, nein. Und der Traditionsbewusste ist es dann mit Kraut. Sauerkraut kommt dann noch drauf. Genau, genau. Kannst du dich mit Martin über die Thüringer Bratwürste und Dach? Ja, das ist auch Traditions... Ich, der aus Sachsen komme, der isst natürlich einfach nur Roster. Keine Bratwürste. Das stimmt, Roster. Aber gut. Aber du bist auch gebürtig aus Nürnberg. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, mit diesem lokalen Snack. Genau, so ist es. Also ich komme nicht direkt aus Nürnberg, aber aus dem Nürnberger Umland. Okay, das heißt, es ist dir nicht fremd. Und du konntest direkt sagen, hier drei Weckler mit Kraut. Sehr schön. Na, da haben wir doch schon was rausgefunden. Guys, weiter geht's. Ich hab grad schon gesagt, Goldener Tasty haben wir auch verdient. Goldener Tasty, genau. Einmal im Jahr vergeben wir ja Preise für Artists, die uns auffallen, die wir toll finden. Höchst subjektiv natürlich. Aber die unzähligen Massen eines kompletten Magic-Jahrgangs quasi auswertend. Und wir haben dir den Newcomer des Jahres 2021 verliehen, was nicht so ganz richtig ist, weil du ja schon 2020 illustriert hast. Aber irgendwie dachte ich, wir können dir nicht gleich den Goldenen Tasty geben, weil du brauchst ja noch irgendwie Luft nach oben. Du bist ja erst seit kurzem dabei. Also ich hab mal kurz ein paar Statistiken zusammengeschrieben, was wir von dir bisher an Artworks kennen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir befinden uns ja gerade oder bald wieder in eine Million Spoiler-Seasons. Das heißt, es kann sich sehr schnell ändern. Also, in den zwei Jahren hast du 40 Artworks gemacht. Das ist schon eine Norm. Was nicht schlecht ist auf jeden Fall. Das sind in Main-Sets quasi, also Hauptsets hast du 14 Karten im Standard-Frame gemacht und 13 Full-Arts in so einem Alternate-Frame. Also quasi bis zum Kartenrand hinausgehend. Neun Karten hast du für das Mystical Archive gemacht. Drei Karten hast du für Secret Lairdrops bereits gemacht. Zwei davon waren im Style vom Mystical Archive. Und eine Karte hast du auch für Alchemy gemacht. Die kann man nur digital bewundern. Die gibt's gar nicht getrunken. Genau. Das ist ein gutes Portfolio. Also das ist echt beeindruckend. Genau. Und es fällt auf, du hast halt deutlich mehr Karten in einem Sonderformat gemacht, quasi als in einem Standardformat bisher. Was sicherlich auch an deinem besonderen Stil liegt, auf den wir gleich eingehen werden und der deswegen auch meines Erachtens so gut zum Mystical Archive passte. Was ja mit einer der ersten großen Deals war für dich. Aber bevor wir anfangen, einmal kurz die Frage, stell dich mal ganz kurz vor, quasi in einem Satz, wer bist du und was machst du? Genau. Wenn dich heute jemand fragt in Nürnberg auf der Straße, hallo, Sie mit den drei Weckler, drei im Weckler, was machen Sie? Wie stellst du dich da vor? Hallo, ich bin Dominik und ich bin Ästhet, würde ich mal sagen. Ich mag es immer nicht, mich mit einem Beruf vorzustellen, weil ich finde, die Leute definieren sich immer zu viel über den Beruf. Deswegen, mir geht es darum, dass Sachen schön aussehen und mache dabei halt auch meine Arbeit in der Hinsicht, dass ich meine Bilder schön male. Deswegen würde ich sagen, ich bin Ästhet. Das ist ein schöner Erfolg. Und ja, ich wohne in Nürnberg, bin 31 Jahre und bin sehr zufrieden im Moment. Das klingt gut. Also Ästhet ist eine schöne Antwort, finde ich. Ja, danke für diese Kurzvorstellung. Wir steigen jetzt auch gleich noch ein bisschen tiefer ein in deine Arbeit und Geis hat sich überlegt, wir machen das anhand von Karten. So haben wir es ja bei Siddhaf Chattowedi auch gemacht. Wir sind dann über die Karten natürlich reingegangen, weil das auch die Arbeit ist, die man natürlich kennt von den Künstlerinnen und Künstlern. Und wir lassen dich aber nochmal raten, welche Karte wir meinen, wenn es darum geht. Und Geis, mach mal ein Beispiel für den ersten Fragenblock, den wir jetzt vorbereitet haben. Okay, ich habe schon ein bisschen gehört, dass du auch Magic spielst. Ich hatte ja gehofft, ich lese dir einfach den Kartentext vor und du hast keine Ahnung, worum es geht. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Das heißt, wir arbeiten uns mal so langsam ran. Und wenn du drauf gekommen bist, dann lesen wir die Karte nochmal komplett vor. Ihr könnt selber alle mitraten, die ihr zuhört. Und wenn ihr das nicht wollt, euch die Auflösung direkt in der Kapitelmarke anschauen. Also, wir fangen an mit einer Mythic. Hat die Sammler Nummer 300. Ja gut, die Nummer, jetzt sagt mir nichts. Die Nummer habe ich tatsächlich noch nicht überprüft. Okay, über die kriegt ihr mich. Okay, okay. Kostet umgewandelt sechs Mana. Davon sind auch ein paar Farbige dabei. Mehr als ein Farbiger. Pip ist sozusagen dabei. Die Kreatur hat Landung. Oh, jetzt habe ich zwei Sachen verraten. Es ist eine Kreatur und sie hat Landung. Wenn du es weißt, einfach rein. Achso, ich muss, sobald ich es weiß rein. Genau, wenn du was weißt, was es ist, kannst du es rausfahren. Ja, gut, es gibt nicht so viele Kreaturen, die ich gemalt habe, die Landung haben. Aber dann wird es wohl der Morauk sein. Yes, yes. Sehr gut. Genau, also, Auflösung. Morauk, Zorn von Akum. Kostet vier und zwei rote. Ist eine Mythic, legendäre Kreatur Minotaurus Krieger. 6,6 und hat folgenden Text. Jede Kreatur, die du kontrollierst, erhält plus eins, plus null. Für jedes Mal, dass sie in diesem Zug als Angreifer deklariert wurde. Und hat eben Landung, Landfall. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls es deine Hauptphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Ein Teppet zu Beginn jenes Kampfes alle Kreaturen, die du kontrollierst. Und ist, glaube ich, eine der ersten Karten, die du illustriert hast für Magic, oder? Kann das sein? Genau, so ist es, ja. Eine der oder die erste sogar? Das kann man natürlich sehr schwer sagen, weil ich habe als erstes Assignment fünf Karten bekommen. Das waren damals für Sandica Rising. Und da war natürlich jetzt keine Reihenfolge dabei oder so. Das waren halt diese fünf. Das waren unter anderem eben auch eben dieser Minotaurus. Und deswegen sage ich immer, das war eine meiner ersten. Aber ich würde mal sagen, das ist die erste, die so für mich auch persönlich so ein bisschen raussticht. Also ich glaube, das war die von den fünf, die so schon was Besonderes waren, glaube ich. Das war ja auch, das fiel ja zusammen auch mit diesen Special Frames. Die sind, glaube ich, auch mit Sandica so zum ersten Mal mit aufgetaucht. Wie lief das denn ab? Also du hast gesagt, du hast fünf Assignments bekommen. Da ruft dann auf einmal jemand an und sagt, hallo Herr Mayer, wir haben gehört, Sie sind Ästhet und können auch ganz gut malen. Wir haben uns überlegt, wir haben hier so einen neuen Kartenframe und würden Sie nicht mal für unser Kartenspiel einfach mal fünf Karten illustrieren. Also wie lief das denn ab? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man bei Magic theoretisch dazu kommt, Karten zu illustrieren. Man kann sich entweder selber melden. Entweder man kennt die Leute, man kennt andere Artists, die können dann empfehlen oder man kennt vielleicht den einen oder anderen Art Director. Oder man wird eben einfach angeschrieben. Und letztere ist es bei mir tatsächlich passiert. Tatsächlich? Okay, cool. Ich habe mir natürlich schon immer gewünscht, für Magic zu arbeiten, weil ich spiele seit Aufmarsch. Spiele ich selber Magic. Also das ist, glaube ich, 2002 gewesen. Und naja, das war natürlich schon immer ein Traum von mir, dann Magic zu spielen. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als dann irgendwann mal die E-Mail rein flatterte, wo drinsteht, ähm, 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 wie war das, Commission Opportunity oder so für Wizards of the Coast oder so oder für genau irgendwie sowas. Und dachte ich mir, oh ja, geil. Ist das das jetzt? Ähm, oder nicht? Ähm, weil es stand nichts von Magic drin und es stand nichts von Karten drin. Es stand, glaube ich, nur was von Wizards of the Coast drin. Und, ähm, ich habe mir dann schon öfters mal vorgestellt, so im Laufe der Jahre, wie, wie ist dieser Moment wohl, wenn es, wenn ich dann wirklich mal gefragt werde, Magic Karten zu machen. Und, ähm, naja, dann war ich da in meinem Wohnzimmer gesessen. Eine Freundin schaut gerade irgendeinen Film und ich arbeite so nebenbei ein bisschen. Und dann kam diese E-Mail rein und die war so unscheinbar. Die war so, naja, stand halt drin, ob ich, ob ich Zeit hätte für Wizards was zu machen. Und dann, äh, das, nur diese kleine E-Mail ist das jetzt? Ja, fragen wir mal nach. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben wirklich für, für Magic war. Und dann kam so ein, so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein Sheet, so ein, so ein kleine, so ein Dokument, wo ich eintragen musste, ähm, wie ich auf den Karten genannt werden will. Also da kann man ja auch den Künstlernamen theoretisch wählen oder was auch immer. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob es wirklich für Magic ist, aber da stand daneben drauf, diesen Namen auf die Karten. Ich wusste, dass es für Magic ist, aber nicht für die Karten. Hätte ja auch ein Marketing-Artwork sein können oder so. Aber in dieser E-Mail stand noch nicht drin, ähm, für, für welches Set oder was das für Illustrationen sind. Da stand nur Opportunity, äh, und dann kreuzen sie an, ja, nein, vielleicht, und dann schickst du, und dann schickst du es zurück. Und dann kommt, ähm, und dann kriegst du Unterlagen zu diesem, zu diesem Assignment oder erst mal diese ganze Formelle, wie du gerade gesagt hast. Genau. Also das läuft letztendlich, wie mit jedem anderen Job auch. Der Art Director fragt halt an, ob, ob Zeit da ist für einen bestimmten Slot, für einen bestimmten Zeitframe und, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ungefähr, wie viel, wie viel Arbeit da ansteht und so. Und dann kann man natürlich dann einschätzen, ob das geht oder nicht, ob da Zeit dafür da ist oder nicht. Und dann, ähm, bei Magic habe ich natürlich dann geschaut, dass da Zeit ist. Hast du gedacht, oh ja, hier, äh, mit dem Kalender, äh, sieht doch gut aus, da kann ich was einschieben. Cool. Genau. Und hast du jemals im Nachhinein irgendwie erfahren, wie die auf dich gekommen sind? Ähm, ich nehme an, das war über Artstation einfach, weil die E-Mail tatsächlich oder die Nachricht kam auch direkt über Artstation damals. Also, ähm, der Tom von Magic habe ich dann da angeschrieben, Thomas Cenkot, ich weiß nicht, einer der Art Direktoren, der gerade diese, ähm, diese Booster-Fun-Pakete immer Art-Directed. Also das sind die, wo auch Sendika Racing dann eben der erste, glaube ich, war. Und, ähm, ja, der hat dann da eine Nachricht geschrieben und, ähm, ich denke mal an, dass er einfach vorher schon meine Sachen da gesehen hat irgendwo. Oder vielleicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, danach gegoogelt hat, nach Sachen, die grafisch sind oder sowas. Weil das war letztendlich dann der Brief, dass man grafische, ähm, Formen benutzen soll und sowas. Und natürlich in seinem eigenen Stil, das war ganz wichtig, sollte sich jetzt nicht in irgendeiner Weise verbiegen. Ähm, aber man sollte eben, ähm, farbenfroh, grafisch und, ähm, sonnendurchflutet, das waren so die, die, die drei Grundpfeiler des Briefs. Und, wir können ja mal ganz kurz die fünf Karten nennen, das waren eben der Avenger of Sandika, glaube ich, ne? Nee, der kamer später. Okay, dann war's der Canopy Balif auf jeden Fall. Genau. Der, ähm, Spitfire Lagak. Mhm. Morog, hat man gerade schon erwähnt. Äh, die Skyclave Shade. Mhm. Und jetzt hänge ich bei der fünften. Und den Canyon, äh, der Boer. Ah, den Canyon Jervoer, genau. Die einzige Maus, die es in März ist. Die einzige Maus. Ja, aber sonnendurchflutet trifft's auf jeden Fall. Jetzt, wo du's sagst, sehe ich immer diese, sieht man natürlich voll fett diese schönen grafischen Kreise irgendwie im Hintergrund, diese Kreaturen. Und man muss noch dazu sagen, ne, du hast halt das, ähm, die Karten in dem besonderen Frame illustriert, ne? Also nicht die Standard-Illustrationen, sondern die in dem besonderen Frame. Wusstest du, dass das der, ähm, also du sagtest gerade, die haben das für Booster-Fun geplant, so war's ja dann auch. Aber wusstest du schon, dass es das geben wird? Oder, ähm, bist du noch davon ausgegangen, du machst jetzt eine Illustration in deinem Stil für den klassischen Kartenrand? Also ich wusste es nicht, dass es da ein spezielles Format geben soll. Aber es war von vornherein klar, dass es nicht der normale Frame sein wird. Okay. Das war, das war schon kommuniziert. Also sobald ich dann genauere Details da bekommen hab, ähm, war das dann auch klar. Also, kein Geheimnis. Als du's wusstest, bist du aufgesprungen, hast geschrien und, ähm, bist, äh, nach draußen gelaufen, hast jedem erzählt, dass du jetzt für Magic illustrieren kannst. Oder anders gefragt, wie hast du's geschafft, ruhig zu bleiben, nachdem du auch so lange Magic gespielt hast schon? Ich glaub, das war so ein Zusammenspiel aus dieser Unscheinbarkeit dieser Nachricht. Weil ich erst durch die Zeilen lesen musste, ist es jetzt wirklich für Magic oder ist es vielleicht für Dungeons & Dragons oder ist es ein Marketing-Artwork oder, ja, bis jetzt macht der ja noch andere Sachen. Und, ähm, ja. Und dann kam's so langsam raus und dann hat sich, dann war das nicht so ein Schock auf einmal, sondern dann war das so ein bisschen verteilt. Aber natürlich war ich da natürlich, ähm, höchst euphorisch und hab das natürlich dann auch allen erzählt. Ich will mal kurz zurückkommen auf die, Entschuldigung. Entschuldige, Martin, sag ruhig. Nee, ich wollte mal kurz zurückkommen auf die, auf die Anzahl fünf. Also es ist, es scheint mir jetzt tatsächlich ungewöhnlich, dass jemand direkt am Anfang fünf, ähm, Assignments kriegt. Oder ist das gar nicht so ungewöhnlich, wie ich es mir jetzt vorstelle? Auf jeden Fall, äh, klingt's auf jeden Fall cool, dass man dann gleich sagt, hier, wir wollen, dass du fünf Karten machst und die sollen auch noch so ein bisschen special sein. Äh, also letztendlich kommt's, die Anzahl ist eigentlich dem Artist überlassen. Also du kannst einfach sagen, wie viel du machen willst. Ah, okay. Und, ähm, wenn du, ich glaub, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da fünf damals gesagt hab, weil ich auch, ich wollte jetzt nicht nur eine machen, weil ich, und ich wollte jetzt mich auch nicht überfordern. Das bedeutet, ich hab mir gedacht, was nimm ich? So eine, für mich eine relativ kleine Zahl, fünf Karten, weil ich, ich bin halt doch jemand, der gerade in der Zeit auch viel so Speedpaintings gemacht hat. Und das war ja auch ein bisschen so die, die Referenz. Und da kann, da kann man theoretisch viele, jeden Tag mehrere Bilder malen. Und deswegen ist fünf jetzt erstmal in dem Zusammenhang nicht so viel. Aber. Es klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Traum, ja. Du illustrierst, du wirst irgendwie ein Künstler, du machst deine Artstation, du wirst von Magic angeschrieben und plötzlich kannst du loslegen. Also das ist, wenn das nicht die motivierendste Geschichte ist für alle Leute da draußen, die auch jeden Traum haben, mal für Magic zu illustrieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Sehr, sehr cool. Wie war es denn dann für dich, als du dir das erste Mal die, die Karten in der Hand gehalten hast, wo deine Artworks drauf waren? Dachtest du, boah, die sind ja so klein wie auf allen anderen Karten. Ich dachte, die sind viel größer, wenn ich illustriere. Oder, ähm, was ging da so durch den Kopf? Oder auch bei deinen Freunden, wie haben die so reagiert, als sie plötzlich Artworks deiner Karten gesehen haben? Äh, äh, deine Artworks auf ihren Magic-Karten sozusagen? Mhm. Tatsächlich ist es, wenn die gleich kommen würden, nachdem man sie fertig hat, dann wäre das, glaube ich, was ganz, dann wäre das was anders. Aber es dauert ja immer noch mal ein Jahr oder so, bis dann wirklich die Karten wirklich rauskommen. Und in der Zeit hatte ich natürlich schon ganz viele andere gemacht. Ähm, das, bis dann erst mal Sandika Rising draußen war, da war ja dann auch schon das ganze, war da Mythical Archive schon durch und alles. Also da war das dann, also gemalt hatte ich sie dann halt schon, heißt, ähm. Achso, ja, ja. Also für ihn durch, genau. Es war dann für dich schon noch nicht released, als es rauskam, ne? Aber wenn du sagst, ein Jahr Vorlauf, dann warst du wahrscheinlich seit einem halben Jahr schon mit den Mythical Archive Sachen durch. Genau. Also ich habe im November 2019, glaube ich, angefangen oder im Oktober sowas in dem Dreh, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da war halt dann im Ende 2019 waren dann die Sandika Rising Sachen und Anfang 2020 waren da, glaube ich, die Mythical Archive Karten. Und die wurden dann 2021 im Frühjahr released, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Winter. Also unsere erste Folge war ja Sandika Rising. Und ich erinnere mich auch noch, wie ich dann diese Karten gesehen habe und auch dann dachte, wow, die, 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 die kicken voll und die, die sprechen mich voll an. Und ich hatte damals, glaube ich, diese sehr leidenhafte Assoziation mit so diesen 70er-Jahre-Reisepostern und hier geht's in ein fernes Land und so. Also es hat mich wirklich total abgeholt und ich war da sehr geflasht, wo ich die gesehen habe. Ist gut, dass du das sagst, weil das Reiseposter war tatsächlich auch ein Brief gestanden. Also so Postkarten-Style im Fantasy-Universum. Also es hat für mich total getroffen und ich war wirklich sehr begeistert. Wie viel Zeit ist denn so dazwischen, wenn du sagst, dann ging's gleich weiter mit dem Mystical Archive? Also gucken die sich das dann an und sagen, ja, es hat uns gefallen und dann kriegt man gleich den nächsten Auftrag? Oder die müssen das ja irgendwie bewerten und geben dir jetzt nicht gleich Aufträge für die nächsten vier Sets. Also es ist so, dass man immer diese Waves hat, diese Art-Waves. Das bedeutet, die Art-Direktoren kommen in regelmäßigen Abständen, das sind immer so sechs Wochen. Und in denen wird dann Artwork produziert für die Sets, die gerade anstehen. Ist auch nicht immer, dass ein ganzes Set durchillustriert wird, sondern ein Set ist manchmal aufgeteilt auf vier Waves oder sowas. Und naja, da kommt dann eine E-Mail und heißt, habt ihr Zeit für den Zeitraum? Und dann sagst du, wie viele Karten du dir vorstellen könntest dazu machen. Hast du dann noch irgendein Feedback bekommen zu deiner Arbeit davor? Oder kriegt man das oder kriegt man dann einfach einen neuen Auftrag und daraus sieht man dann, aha, das davor war nicht so schlecht. Ich kriege einen neuen Auftrag, weil die neue Welle kommt gerade. Ich meine, die Art-Direktoren sind ja auch sehr nette Menschen. Das bedeutet, mit denen redet man dann natürlich auch ein bisschen. Und da kommt dann schon raus, ob derjenige die Artworks mag oder nicht. Gerade beim Tom ist es, mit dem habe ich sehr viel kommuniziert über die Jahre. Und dem gefallen meine Sachen schon immer sehr gut. Das freut mich natürlich. Und der kommt dann auch immer wieder zurück. Und da kriegt man dann schon mit, dass man da wohl was gemalt hat, was auch ganz gut ankommt. Und dann kam erst mal nur das andere, das Archive. Das war noch nicht Mainset. Und da ging alles erst mal nur über den Tom. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, intern scheint da irgendwie dann mein Kontakt weitergereicht zu worden zu sein oder was. Ich weiß es nicht ganz genau. Kam auf jeden Fall so eine Wave-Anfrage für das Mainset. Da habe ich mich natürlich gefreut, weil letztendlich wollte ich auch ins Mainset. Ja, dankeschön. Geis, wie geht es weiter? Was willst du wissen? Ich würde gerne wieder eine Karte erraten lassen. Okay, los geht's. Ich dachte, hier würde es sich anbieten, vielleicht mit dem Flavortext anzufangen. Oha. Und zwar, hier gibt es ein Zitat von Runo Stromkirch. Du bist einer der wenigen, denen wir unseren Segen geben. Welcher Narr würde die Unsterblichkeit ablehnen? Das müsste Gift of Fang sein. Richtig. Sehr gut. Also, Gabe der Vampir-Szene. Ein schwarzes Mahne, eine Verzauberung Aura. Kommen. Habe ich auch schon im Popper gesehen. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält plus zwei, plus zwei. Solange sie ein Vampir ist. Andernfalls erhält sie minus zwei, minus zwei. Und wurde im Set Blutroter Bund Crimson Wow veröffentlicht. Und es ist eins meiner Lieblings-Artworks. Mit sowas catchst du mich immer. Mit, ähm, mit, was auch immer, mit dieser scheinbaren Symmetrie. Da können wir nachher auch noch so drüber sprechen. Also irgendwie eine ganz, ganz coole, ganz, wie gesagt, eine der ikonischen Karten, die für mich wunderbar in dieses Set hineinpassen. Und eben im Standard-Frame gedruckt wurden. Und, ähm, am Anfang dachte ich ja immer, nee, deine Artworks, die passen so total gut in diese Special-Frames rein. Oder die sind vielleicht dafür gedacht, aber es funktioniert auch einfach wirklich super in dem ganz normalen, ganz normalen Rahmen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich diese Karte für, für, für das, äh, ausgewählt habe, was ich dich jetzt fragen möchte. Aber ich wollte dich ganz allgemein mal tatsächlich fragen, wie für dich so tatsächlich die Anfänge waren, ähm, wie du angefangen hast zu illustrieren und wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, hauptberuflich Ästhet zu werden. Oder warst du schon immer eine? Puh, das weiß ich gar nicht. Aber gezeichnet habe ich natürlich schon immer sehr gern. Ähm, was denn? Wie ist wahrscheinlich die Geschichte von 90 Prozent oder 95 Prozent aller Illustratoren des im Kindergarten schon. Aber sag mal, womit du quasi dazu gekommen bist, was du, was dir so richtig Spaß gemacht hat zu zeichnen und was sich vielleicht sogar ein bisschen durchzieht bis heute. Also, ich habe immer schon Fantasy-Zeug gemalt. Das ist das erste Bild, an das ich mich wirklich erinnern kann, war im Kindergarten Piratenschiff oder so. Ähm, da war ich zusammen mit ein paar Freunden da gesessen und ich wollte auch immer malen. So als Freizeitbeschäftigung habe ich auch meine Freunde gefragt, wollen wir malen? Und dann haben wir halt gezeichnet. Und ich weiß noch, an so ein Piratenschiff kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ähm. Und das hat sich dann halt durchgezogen, da habe ich Fantasy-Kreaturen und Ritter, das waren schon immer das, was ich immer schon gemalt habe. Und umso genialer ist es, dass ich jetzt damit mein Geld verdienen kann, ähm, jetzt auch noch Ritter und Fantasy-Kreaturen zu malen. Aber was war's denn? Und wie war das so in dieser Zeit, wo so die, wo die Interessen vielleicht in eine andere Richtung gehen, wenn man so, keine Ahnung, 10, 11, 12 ist, das ist die Zeit, wo ich erstmal aufgehört habe Klavier zu spielen und sowas, ne, wo man irgendwie andere Sachen machen möchte, wie hat sich da irgendwie das für dich durchgezogen? Hast du dann weiter illustriert, hat sich dann inhaltlich was verändert oder war das wirklich immer nahtlos dein Begleiter? Ich glaube, ich habe, nee, ich habe nie aufgehört, ich habe immer, immer gezeichnet, ja. Verschiedenste Sachen, also auch Comics und sowas, das war gerade so in der, der Zeit zwischen, ich würde mal sagen so 15, 16, 17, 18 und sowas, das war so die Comic-Zeit, da habe ich viel eigene Comics gezeichnet und es waren dann auch oft manchmal Sci-Fi-Ding mit irgendwelchen, irgendwelchen Geheimgesellschaften und, und, und so weiter. Es war auch ganz witzig oder irgendwelche Steampunk-Sachen, aber ich bin immer wieder zum, zum Fantasy-Zeug zurückgekommen. Dann irgendwann habe ich mich zum Design-Studium beworben. Und ja, da ging es dann professionell los. Weil du gedacht hast, das ist was, was ich auch beruflich machen will und du hast, du hast gedacht, das ist jetzt nicht nur ein Hobby, sondern das ist wirklich das, womit ich mein, mein Leben füllen will? Genau, also ich habe Geschichte und Orientalistik vorher studiert. Ah, okay. Und weil ich halt sehr interessiert an Geschichte allgemein, Mittelalter bin und ja, da hat sich dann halt über, da muss ich mich entscheiden, will ich den, will ich so einen theoretischen, wissenschaftlichen Weg einschlagen oder, oder will ich ja praktisch kreativ arbeiten? Und da habe ich mich dann tatsächlich, nachdem ich angefangen habe, erst mal das Geschichtsstudium zu machen, dann wieder umentschieden und habe mich dann da beworben und habe dann gewechselt. Was war denn dein Masterplan, wo du gesagt hast, du wolltest eigentlich immer Piraten und Ritter zeichnen? Was war denn so dein Masterplan, wo du gedacht hast, ja, so kann ich das machen und auch noch Geld dabei verdienen? So kann es klappen. Gut, das war jetzt, da war kein Plan dahinter, das hat sich tatsächlich nur so ergeben. Aber was hast du dir erträumt? Also was hast du gedacht, wenn ich es mir raussuchen könnte, so würde ich gerne mit dem Malen von Fantasy-Illustrationen meinen Lebensunterhalt bestreiten? Also ich bin eigentlich ins Designstudium aus einem eher fotografischen, filmerischen Aspekt reingegangen. Also ich habe da viel fotografiert auch. Ich habe zwar noch gezeichnet, aber ich habe mich vor allem auf Fotografie zumindest sehr stark interessiert, habe ich mich dafür in der Zeit. Und dann bin ich da im Studium auch eher in die Richtung gegangen und habe da 3D-Animation und Film und sowas eher so als Hauptfach gewählt und bin dann erst später im Lauf der Zeit wieder zurück zu Illustrationen. Und da bin ich dann auch eher so über Concept Art wieder in die illustrative Richtung reingegangen. Also ich habe dann für Filme und so weiter und für Spiele eher Designs gemacht und Concept Art, also Character Designs oder Storyboards und sowas. Das hat dann wirklich weniger was mit Illustrationen in dem Sinne zu tun gehabt. Okay. Kannst du vielleicht kurz den Unterschied erklären? Heutzutage ist ja alles Design. Jeder Prozess wird irgendwie Design genannt, mache ich in meiner Arbeit genauso. Game Design und Mischendesign und tralala, alles Design. Aber was ist der Unterschied zwischen Design, also dem Studiengang, den du hattest und einem klassischen Kunststudiengang beispielsweise? Also der Unterschied würde ich sagen zwischen Kunst und Design ganz allgemein ist, Design muss einen Zweck haben und Kunst nicht. Also wenn du ein Design machst, dann hat das immer einen Grund. Das heißt, wenn du willst einen Stuhl designen oder ein Spiel, einen Film, die Props dazu oder die Frames, Storyboard. Das hat alles einen Zweck und das ist auch wirklich der Grund, warum man das tut. Und Kunst ist letztendlich davon losgelöst. Die kann sich frei entfalten, je nachdem, was der Künstler sich denkt oder auch nicht. Und das hat mir dann schon immer besser gefallen, also dass ich da einen Grund hatte. Ich wollte irgendwie, dass es so ein bisschen eine Relevanz hat. Und ich wollte natürlich auch für Sachen, was gestalten, was ich selber gerne mache. Also ich spiele gerne Videospiele und schaue gerne Filme und dann war das natürlich ein Traum dann da auch dafür irgendwie was zu designen. Und da bin ich dann so über die Richtung dahin gekommen. Und im Laufe der Jahre jetzt, ich habe auch freiberuflich sehr viel Konzeptart am Anfang gemacht, bin ich dann wieder mehr zum Illustrativen zurück und würde mich jetzt eher Illustrator nennen als Konzeptartist. Aber es ist spannend, dass du dann auch über die Fotografie dann erst diesen kleinen Umweg genommen hast, um dann festzustellen, dass du dann vielleicht doch lieber was aufs Papier oder auf die digitale Zeichenfläche bringst. Oder ist Fotografie jetzt immer noch auch ein Thema für dich, wo du sagst, manchmal reizt es mich dann doch und dann gehe ich ein bisschen in die Richtung. Also fotografieren tue ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Also ich mache mit dem Handy ein paar Bilder, wenn ich irgendwas Schönes sehe, wenn mich was inspiriert. Aber dann ist es eher, dass ich das festhalte für mich und vielleicht mal als Inspiration eben wiederum für ein Bild habe und jetzt weniger, weil ich das Foto des Fotowillens schieße. Martin, frag doch mal die nächste Karte, denn daran schließt sich wunderbar meine nächste Frage an. Okay, dann frage ich dich jetzt nach der nächsten Karte und das ist eine, die ist erschienen in diesem Jahr, kostet ein konvertiertes Mana oder wie heißt jetzt Mana-Wert als eins, hat ganz, ganz, ganz viel Text und ich lese mal, ich fange mal mit dem zweiten Absatz an von dem Text. Er ist eine Hexerei. Bestimme eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Okay. Falls ihr beziehungsweise ihm in diesem Zug nicht Kampfschaden zugefügt wurde, fügt die Karte ihr beziehungsweise ihm drei Schadenspunkte zu und du erhältst drei Lebenspunkte dazu. Andernfalls fügt ihr beziehungsweise ihm ein Schadenspunkt zu und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Puh, das ist tatsächlich was, muss ich überlegen. Also wenn das nur ein Mana kostet und das ist dieses Jahr rausgekommen. Aber das ist so schwer mit den Release-Dates, weil ich immer denke, wann habe ich die gemalt? Pass auf, es gibt auch noch einen Text, es hat Todesopfer 1. Gott, Todesopfer, das ist auf Englisch. Casualty 1. Genau. Ah, okay, ja, dann muss es ja aus New Capena sein. Das ist richtig? Ja. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch verraten, wie die Karte heißt, ne? Ja. Genau, dann wird es Public Enemy sein? Nein, leider nicht. Nein, falsch. Ist eine, ist eine, achso, ist Public Enemy auch eine Hexerei? Eine Hexerei war es. Eine Hexerei, genau. Ist, achso, dann ist es, ja, ja, okay, jetzt weiß ich's. Ja. Das ist, oh Gott, wie heißt die Karte wirklich? Ich kenne nur den Arbeitstitel. Oh, oh, wer sagt mir den Arbeitstitel? Interessiert mich. Gruesome Bodily Harm hieß dir der Arbeitstitel. Im, wow. Und daraus ist geworden das Grizzly Sit, 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 Sit. Ah, genau. Das grausige Siegel. Mhm, stimmt. Stimmt, die haben immer noch. Genau, schaut euch auf jeden Fall mal diese, diese Illustration an. Ne, alles gut. Bisher dachte ich ja, du spickst nebenbei und deswegen kannst du so schnell antworten. Ich bin ganz beruhigt, dass wir jetzt mal eine Karte gefunden haben, die du nicht sofort erhältst, weil unter 40 Karten immer sofort drauf zu kommen, das ist schon sehr, sehr gut. Aber du bist in guter Beziehung, Mark Rosewater kennt die Kartentitel auch alle nicht, weil der auch nur die Arbeitstitel kennt. Genau, das stimmt. Ich mag dieses Artwork und für dich finde ich ganz bezeichnend ist, dass du super grafisch arbeitest und ja, mit super vielen Symmetrien auch arbeitest. Also ich habe mal gezählt von diesen, von diesen vielen Karten, die du gemacht hast, sind 13 Karten, die irgendwie eine sehr starke symmetrische Achse haben oder zumindest mit so einer scheinbaren Symmetrie arbeiten. Wenn man sich das grausige Siegel anguckt, denkt man, das ist irgendwie links und rechts gleich. Ist es aber überhaupt nicht, aber man sieht überall Linien, die was zerfurchen, man sieht immer Rahmen, du spielst gern mit solchen Rahmen. Ist es etwas, was du aus dem Designstudio mitgenommen hast oder ja, woher kommt das? Woher kommt das, dieses Verständnis sozusagen an Bilder ranzugehen, an dieses grafische Herangehen an deine Bilder? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es hat sich, glaube ich, entwickelt über die Zeit. Das Grafische an sich, jetzt mal abgesehen von der Symmetrie, kommt, glaube ich, von den Speedpaintings, weil man da sehr gezwungen ist, in ganz schneller Zeit klare Formen zu produzieren. Ich habe mir da immer 30 Minuten gesetzt als Timeframe und habe dann, da gab es so eine Facebook-Seite damals, Daily Speedpaintings, da konnte man dann sich ein Thema, das haben die jeden Tag refreshed und haben ein neues draufgeladen, da konnte man sich eins von den Vieren, die sie da jeden Tag reinhaben, auswählen, einfach loslegen, halbe Stunde malen und dann posten. Und das habe ich dann auch tatsächlich täglich gemacht in der Zeit, so 2016, 17 und dadurch hat man dann so einen schnellen Workflow irgendwie entwickelt, der dann auch zwangsweise ein bisschen grafisch war, zumindest bei mir, weil man eben keine Zeit hatte, groß ins Detail zu gehen und das hat sich dann auch bei meinen dann doch detailreichen späteren Bildern dann doch irgendwie durchgezogen. Und ich weiß gar nicht, das mit der Symmetrie, das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt, da habe ich einfach ein Fable dafür entdeckt, das mag ich einfach sehr. Ich würde am liebsten alle symmetrisch machen, aber das ist ja dann auch langweilig. Du hast einfach ganz viele Wes-Anderson-Filme geguckt und dann hast du festgestellt. Vielleicht Unterbewusst. Zentralperspektive, genau. Was mir gerade noch auffällt, also weil da... Wes Anderson auch ein ziemlicher Designer sozusagen, bei den Filmemachern, so einer mit einem ziemlichen Designblick. Entschuldige Martin, ich habe mich unterbrochen. Alles gut. Ich bin auch groß, aber ist Anderson-Fan. Ja, das muss man eigentlich schon mal wieder gucken. Was mir bei der Karte jetzt noch aufgefallen ist und weißt du das vielleicht, oder ist das Zufall, die hat ja so ein Wasserzeichen und diese Linien von den Lichtern, die laufen halt auch so ein bisschen dieses Wasserzeichen rein und bilden dann auch so ein Dreieck. Ist das jetzt einfach Zufall oder weißt du zum Beispiel auch bei solchen Karten, die haben ein Wasserzeichen und kannst damit auch irgendwas anfangen? Meinst du mit Wasserzeichen im Textfeld? Im Textfeld, genau. Also dieses, ich weiß nicht, welche Familie das jetzt darstellt, aber das läuft ja dann auch nochmal so zusammen. Maestros müssten das sein. Ja. Also weißt du das? Kannst du damit spielen? Also das muss Zufall sein tatsächlich, weil ich habe das Wasserzeichen nicht oder den Text oder auch wie das dann aussieht nicht, während ich das mal. Also ich kriege nur gesagt, welche Art von Frame das ist. Also ich weiß, ob das bis zur Seite rausgeht oder ob das der normale Frame ist oder ob das wie beim Mythical Archive oder so ein ganz anderer ist. Das kriege ich schon gesagt. Klar, muss ich ja auch darauf anpassen. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, ob die ein Wasserzeichen reinmachen oder so. Das war ganz Zufall. Hattest du einen Styleguide für die Welt, wo beispielsweise die Symbole der einzelnen Familien in dem Fall dir schon mal vorgezeichnet waren? Da gibt es für jede Welt einen sehr ausführlichen Styleguide. Da wird immer mitgeschickt, ein PDF, 200 Seiten lang. Was? Und da ist dann alles, was man so wissen muss, über die Welt dann drin. Und unter anderem auch solche Sachen wie, welche Muster haben die Familien so auf der Kleidung oft, welche Stoffe benutzen die so, welche Farben haben die und eben auch welche Symbole benutzen die so. Und da kann man sich dann, oder soll man sich. Es gibt den zerbrochenen Kelch mit den gekreuzten Schwertern zwischendrin und so. Das heißt, du konntest das dann direkt zitieren und einarbeiten. Das war auch der Brief, dass man, dass da ein, dieses Symbol von denen soll da irgendwie mit vorkommen in dem Bild. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte ja von diesen, von diesen, wie heißen sie, diese Tintenfischwesen, Selafitz, Selaf, irgendwie so. Die haben, ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Ich weiß gerade auch nicht. So ein blaues Blut, dachte mir. Und damit es nicht so brutal ist, habe ich es halt blau gemacht, weil da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das ist quasi dann das Blut von dem Opfer, das dann nach ihm geschmiert wurde. Und die Menge, die gesichtslose Menge, die nur daneben steht und das Opfer entdeckt. Aber eigentlich ist es, sind sie unberührt davon und laufen gleich weiter. Und wir selber sind quasi einer von dieser, von diesen Leuten, die einfach nur zuschauen, wie der da am Boden liegt. Und in dieser Welt kümmert man sich nicht darum, weil das einer von vielen ist. Und der ist quasi ein, in meiner Idee dahinter ist das ein, so ein Journalist oder so, der über die Maestros irgendwas rausfinden wollte und dann eben zu viel wusste und dann wurde er um die Ecke gebracht. Und wenn man sich das Artwork anschaut, unten ist diese weiße Fläche und die besteht aus ganz viel Papier. Das sind quasi die ganzen geschriebenen Seiten, die er dann gleich veröffentlichen wollte, um alles ans Licht zu bringen. Aber dazu kommt es dann nicht mehr. Wow, wie cool. Das ist richtig cool. Brustartig, schaut euch dieses Artwork an, weil wenn man das einmal sieht, dann, ich finde, das zieht einen total in den Banner. Man weiß erst gar nicht richtig, was man sieht. Also man kann auch vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen, diese Leute, die da links und rechts stehen, weil die auch in der Mitte nochmal so kontrastmäßig gebrochen sind. Also die Füße, der Unterleib sozusagen ist weiß, das obere ist schwarz, aber es sind jeweils nur eigentlich Flächen mit einer interessanten Struktur drin und dann raucht das ein bisschen aus deren Köpfen heraus, so würde ich es jetzt irgendwie bezeichnen. Total spannend und man kann da einfach, das lädt total ein zum Hingucken und den Blick ein bisschen drauf verweilen lassen. Und ja, Speedpainting ist, hast du mal in einem Stream erwähnt, dass das für dich so ein Moment war, der dein Schaffen auf jeden Fall verändert hat oder wie so ein kleiner Erweckungsmoment war. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig in Erinnerung? Beziehungsweise was hat das für dich gemacht, als du angefangen hast, schnell zu malen und dir weniger Zeit zu lassen zu malen? Weil das ist es ja im Grunde, oder? Also was sie mir viel gebracht haben, war das Farbverständnis zu schärfen, würde ich mal sagen, weil ich habe, als ich das angefangen habe, ich wusste wirklich nicht, was ich tue und ich habe da mich mit anderen Leuten unterhalten und habe gesagt, ja okay, ich fühle mich bei Farben immer so, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Und dann habe ich halt versucht, in den Speedpaintings da ein bisschen mutiger zu werden und habe dann halt einfach wild Farben verwendet und darüber habe ich das dann für mich so entdeckt, wie ich die benutzen will. Und das ist was, was mir bis heute viel bringt, weil ich würde mal sagen, Farben ist ein meiner Erkennungsmerkmale, auch ein bisschen von den Bildern. Die sind ja immer sehr farbenfroh. Aber wie machst du denn so ein Speedpainting, also wie stellt man sich das vor? Ich sehe jetzt erstmal so einen Künstler mit wirrem Haar und manisch geht dann auf die Leinwand zu und also wie gehst du da ran? Wie sagst du, okay, die 30 Minuten habe ich, was schaffe ich da, wie fange ich da an? Also man hat das Thema und dazu kommt einem natürlich meistens gleich was in den Kopf. Da darf man natürlich dann nicht so lange drüber nachdenken, weil sonst vergeht die Zeit. Dann nimmt man dann halt eine ganz einfache Interpretation. Ich mache meistens irgendwie einen Reiter mit einer langen Fahne oder so und versuche das Thema dann da irgendwie drauf hinzubiegen, weil das meine Komfortzone ist dann in dem Fall und dann habe ich was, an was ich mich hangeln kann und probiere halt an der Seite so verschiedene Sachen aus. Dann will ich mal einen roten Hintergrund machen. Dann mache ich den Fall komplett rot, aber ich weiß, das Bild funktioniert, weil ich mache ja den Reiter, den ich schon tausendmal gemalt habe. Der kommt dann vorne hin und dann probiere ich in dem Fall das Rot und so kann man immer kleine Sachen probieren. Wenn man dann viele gemacht hat, dann weiß man schon, welche Schritte ungefähr wie lang dauern und dann kann man sich da auch in den 30 Minuten mit manchen Sachen auch ein dringend mehr Zeit lassen. Das ist dann nicht so schwer, wie es sich vielleicht im ersten Moment anhört. Das ist eine Übungssache. Aber du könntest jetzt zu jedem Thema, könnte ich dir, könnte jetzt einen Begriff sagen und dann malst du los und da ist dann immer erstmal ein Reiter mit der Fahne und also wenn ich sage jetzt Sonntagsfrühstück oder so, dann könntest du da jetzt in 30 Minuten mal was draus zaubern. Also ich könnte mit Sicherheit ein Bild malen, ob es was wird, kann ich nicht versprechen, weil da darf man natürlich sich keinen falschen Illusionen hingeben. Viele meiner Bilder werden auch nichts. Also das ist, man sieht halt nur die, die was geworden sind. Also das muss man natürlich ganz klar sagen, auch für die Leute, die da mal vielleicht sowas selber machen wollen, nicht frustriert sein, wenn was nicht funktioniert, weil die Sachen gibt es immer. Ja, also auch 30 Minuten Bilder sind genau dafür gut, weil man dann, wenn man was nicht schafft, kann man gleich das abhaken und Neues anfangen. Da braucht man keine Zeit mit was verschwenden, was vielleicht nicht funktioniert. Du hast jetzt gesagt, du hast darüber gelernt, besser mit Farben einzuschätzen oder Farben auszuwählen für Sachen, die du machst. Hast du sonst noch Erkenntnisse daraus gezogen aus diesem Speedpainting-Prozess, wo du sagst, das war so eine neue Stufe, auf die ich da gekommen bin in meiner Kunst? Also was mich auch wirklich noch, was ich wirklich daraus noch mitnehme, ist, dass hohe Kontraste sehr gut funktionieren im Internet. Also dass man, wenn man ein Bild vor, eine Silhouette vor einem schönen farbigen Hintergrund hat, dass das einfach rauspoppt. Und wenn die Leute das in ihren drei Sekunden Aufmerksamkeit in ihrem Feed sehen, wenn das halt so einen großen Kontrast hat, dass man da leichter draufklickt und das mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn man irgendwie ein düsteres Bild malt mit wenig Kontrasten, wo man erstmal ein bisschen hinschauen muss, bis man es erkennt. Und das versuche ich dann auch schon immer, dass man es schnell versteht, dass man das Bild schnell versteht, aber dass man es auf den zweiten Blick trotzdem noch irgendwie was Neues entdecken kann. Das sind so meine Herangehensweise. Aber das finde ich eine extrem gute Beschreibung für deine Bilder. Aber ich finde auch, das, was du beschreibst fürs Internet, funktioniert auch sehr gut für diesen kleinen Kartenframe. Für diese 2x3 Inch, die man da irgendwie hat. Die poppen einfach raus, man sieht sie. Ich habe eine schöne Karte, die ich dich fix raten lasse, die das, finde ich, sehr, sehr schön macht. Und zwar, ich versuche das Artwork zu beschreiben. Und zwar sieht man ein Skelett. Vielleicht weißt du schon, welches es ist. Ja, ich weiß schon. Und dann lass es mich noch fertig beschreiben. Okay, okay. Und dieses Skelett, also es ist voller Geschwindigkeit, dieses Bild. Und auf dieses Skelett stürmt so von schräg oben eine, Martin korrigiere mich, aber ist das eine Maus, ist das eine kleine Ratte, ist das eine Samurai-Ratte hinzu mit so einer Fahne? Das wird so ein Ninja-Warrior sein. In der Hand? Ja. So ein Fuchs. Ah, ein Fuchs. Ein Fuchs. Alles klar, ja. Ich habe es nicht in der besten Auflösung hier. Beziehungsweise im kleinen Kartenframe ist es natürlich richtig produziert. Ist ja weit vorbeugend. Und der ist auch irgendwie fast wie so eine Blase drumherum, wie so ein Schutzschirm, stürmt auf dieses Skelett hinzu und dieses Skelett löst sich fast scheinbar, oder ist das Teil des Hintergrunds, löst sich in so Pixel-Strukturen auf. Es sieht aus wie so eine schlechte Skype-Verbindung ein bisschen, halt auf höchstem ästhetischen Niveau, wenn man so möchte. Und es ist wahnsinnig, also ich dachte immer, da sind so Bewegungsunschärfen drin, aber sind es gar nicht. Die Bewegung kommt irgendwo anders her. Die kommt aus der Dynamik, dass diese Linien, die so von links unten nach rechts oben durchs Bild gehen. Welche Karte meine ich? Repel the Vial. Repel the Vial, genau. Abwehr der Abscheulichen. Ich lese mal kurz vor für alle, was die Karte macht. Abwehr der Abscheulichkeiten. Was habe ich gesagt? Der Abscheulichen. Abscheulichkeiten, genau. Ist eine common, spontan, aber kostet drei und ein weißes. Und bestimme eines, hat die als Text. Schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke vier oder mehr ins Exil. Oder schicke eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Hat auch noch einen schönen Flavortext. Du bist ein Gast in diesem Reich und hast unsere Gastfreundschaft überstrapaziert. Yuki, kaiserliche Vermittlerin. Sehr gut. Genau, richtig cool. Also das ist eine Karte, die ploppt einfach raus. Man sieht die sofort und diesen kleinen Fuchs, der dazu stimmt, den habe ich gar nicht auf den ersten Blick erkannt, sondern das kommt dann halt aufs Zweite. Also dieses Skelett und diese krassen gelben Farben und dunkelgrünen Töne und so, die da im Hintergrund sind mit diesen kleinen orangenen Fizzelchen noch rechts unten. Also das macht schon ordentlich was her. Und würdest du sagen, du hast dieses Speedpainting oder diese Idee des Speedpainting auch so in deinen normalen Prozess, in deinen Schaffensprozess so wirklich integriert? Oder ist es etwas, was du manchmal wie so ein Werkzeug, wie so ein Tool rausholen kannst, zum Arbeiten benutzt, aber auch wieder weglegst und hast vielleicht noch einen anderen etablierten Schaffensprozess, den du so nutzt. Wie ist das? Wie gehst du ran, sobald du so ein Assignment hast? Also ich würde schon sagen, dass das Speedpainten so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also ich muss mich, wenn ich gerade auch für mich selber mal Artworks mache, muss ich mich manchmal dazu zwingen, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit auch in was investiere. Ich denke mir, da könntest du jetzt schon noch mal eine Stunde mehr rein. Dann kommt da vielleicht das Bild noch ein bisschen besser raus oder so. Weil ich bin immer irgendwie so im Gedanken, das muss schnell gehen. Und da habe ich mich jetzt in den letzten Zeiten ein bisschen davon abgewandt wieder, weil ich eben absichtlich mal schauen will, wie wird das denn, wenn ich mir mehr Zeit lasse. Aber das ist schon immer wieder in meinem Gedanken. Also wenn ich da was anfange, dann ist das meistens auch gleich in Farbe und ein Speedpainting ist oftmals auch mal eine Skizze, die ich dann da hinschicke. Also das ist schon ein sehr großer Teil meines Workflows. Aber du machst das jetzt nicht, also du brauchst jetzt nicht für so ein Assignment, also in 30 Minuten wird es jetzt nicht gehen. Also wie schnell bist du denn oder hast du festgestellt, das läuft zum Beispiel besser und dafür habe ich zum Beispiel auch zwei Wochen gebraucht und bin dann überhaupt nicht vorangekommen. Also hast du dich dann irgendwo so eingependelt, wie du da so, was die einzelnen Schritte deines Prozesses sind? Das kommt natürlich ganz auf das Assignment an, aber so eine Magic-Karte, die bewegen sich meistens in so einem Arbeitspensum von vielleicht vier bis sechs Stunden ungefähr. Und je nachdem welcher Style, also sowas für Neon Dynasty oder New Capena, da habe ich vielleicht auch mal ein bisschen länger, da waren es vielleicht ja sechs Stunden oder vielleicht mal acht. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viel Detail ich dann da auch reinpacke. Aber die für Seneca Rising oder gerade für das Mythical Archive, die gingen schneller, weil die sind sehr grafisch und ich habe es da, glaube ich, damals schon versucht zu erklären, warum die so schnell gingen in unserem ersten Gespräch. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt schon fertig und so, aber ich würde trotzdem gerne weitermachen. Genau, also Geis hat mich ja schon mal damals gefragt, warum ich da so viele geschafft habe. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, was diese Karten so schnell machen, aber die sind einfach geflutscht. Ich weiß nicht genau, das ging einfach sehr schnell. Vielleicht, weil das Speedpainting da, dieser Speedpainting-Prozess sehr gut anwendbar war. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, in welchem Medium malst du denn? Also Siddhaf Chattvedi hat uns erzählt, er macht in Öl, also das muss ja auch irgendwie erstmal eine Zeit lang trocknen. Wenn du sagst, Speedpainting, ist es wahrscheinlich nicht in Öl. Nee, ich bin rein digital unterwegs. Okay, und dann auf dem Grafiktablett oder hast du dann auch irgendwie das iPad dabei? Weil du sagst, die ja hier unterwegs handeln, ich kann auch schnell irgendwie meine Skizze machen. Genau, also ich arbeite hauptsächlich in Photoshop, am Laptop mit einem Grafiktablett dabei. Und Skizzen mache ich auch ab und zu am iPad. Ich finde, das geht irgendwie schöner am iPad, wenn man mal nur was scribbeln will. Aber das Malen selber mache ich in Photoshop, weil das sich einfach über die Jahre irgendwie für mich als das Werkzeug der Wahl etabliert hat. Ich meine, ich mag auch andere, aber da komme ich irgendwie mal wieder hin zurück. Und da kannst du... Man kann dich... Nee, mach. Martin, ich wollte dir nicht ins Wort rein. Nein, alles gut. Alles gut, frag du. Man kann dir auch beim Schaffen zuschauen. Du streamst nämlich ab und zu, hin und wieder. Richtig? Genau. Genau. Sag doch mal wo, wie man dich da finden kann. Also ganz klassisch auf Twitch und ich würde sagen, wenn man da meinen Namen, Dominik Mayer, eingibt, findet man das, denke ich, auch relativ schnell. Es ist nicht besonders regelmäßig zurzeit, das soll sich aber ändern. Das geht einfach im Moment nicht wegen zu viel Client-Work. Da ist einfach keine Zeit abends nochmal für ein paar Stunden Stream, leider. Das genieße ich sehr und will es auch wieder sehr viel öfters machen. Aber da muss der Sommer noch vorbeigehen, glaube ich. Aber im Herbst habe ich da vor, das wieder ein bisschen stärker zu machen. Und da kann man dann verschiedene Sachen sehen. Also da malen wir mal einen Token oder auch ein Magic-fremdes Zeug. Ich habe auch vor, vielleicht mal so ein Redraw zu machen von einer alten Kinderzeichnung oder sowas von mir, von früher. Mal schauen, wie ich das heute machen würde. Das erste Piratenschiff. Zum Beispiel. Das gibt es leider nicht mehr. Aber ich habe so einen alten Ordner, wo noch ganz viele sehr alte Bilder drin sind, so von 2004. Sie sehen schrecklich aus. Aber ich glaube, es ist lustig, wenn man das mal anschaut. Das kann man im Stream mal durchgehen. Ich kann es jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil ich habe, glaube ich, genau im richtigen Moment geguckt, als so ein Reiter, roter Hintergrund, Reiter, Silhouette, sage ich mal, auf dem Pferd. Verrückte Proportionen. Und ich war da, als du quasi, du hast ein paar Skizzen gemacht und dann sagst du, so jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier. Und dann machtest du irgendwelche Sachen, die ich nicht verstanden habe mit Photoshop. Ich meine, man kann es ja sehen. Und plötzlich wurden da verschiedene Fotos rausgeholt mit bestimmten Transparenzwerten übereinander gepackt. Und plötzlich ging es so, tang, 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 tang. Und dann stand dort ein Reiter. Und ich hatte halt, und das ist wahrscheinlich in meinem Kopf passiert vor allem, ich habe die Strukturen und die Details des Reiters plötzlich gesehen. Obwohl ich wusste, er hat da eigentlich nur irgendein Foto mit irgendeiner Transparenz draufgelegt. Aber ich sehe irgendwie einen Helm und ich sehe irgendwie, keine Ahnung, Sachen an seiner Rüstung und so. Und ich sehe eine Rüstung überhaupt. Und dann hast du angefangen, diese Details so herauszuarbeiten. Stundenlang, über mehrere Sessions hinweg. Und hast dir dann so ganz viel Zeit dafür gelassen. Und da dachte ich, wow, das war faszinierend. Ja, freut mich, dass das Spaß macht, das anzuschauen. Dass mir natürlich auch jedes Feedback ist da herzlich willkommen. Ist ja das ganz Neues für mich. Und den Stream habe ich dann auch absichtlich hergenommen, wie du es selber richtig sagst, um richtig viel Zeit mitzunehmen. Und einfach so drauf los, malen und mich treiben zu lassen. Fernab von jedem, von jeder Deadline oder so. Und einfach mit den Leuten reden. Und vielleicht auch die Ideen der Leute ein bisschen mit einbringen. Und so ganz entspannt. Und da ist vielleicht der Start impulsiv. Das ist klar. Aber das brauche ich, glaube ich, auch ein bisschen, um selber drin was zu sehen. Und dann, wenn das Chaos sich langsam lichtet, dann kommen die Details. Du hast gerade gesagt, das machst du jetzt eher wieder im Herbst, weil du gerade ganz viele Auftragsarbeiten hast. Hast du so einen Boost gemerkt, nachdem du die ersten Karten für Magic gemacht hast, die dann auch veröffentlicht wurden? Also sind dann noch andere oder mehr Leute auf deine Arbeit aufmerksam geworden? Also die auch was dafür zahlen und dich jetzt nicht nur für ein Interview anfragen? Tatsächlich nehme ich schon an, dass das was mit zusammenhängt. Weil die Anfragen werden halt immer mehr, aber jetzt nicht irgendwie explosiv. So, dass ich jetzt das Gefühl hatte, mit der ersten Magic hatte, rennen sie mir die Türen ein oder so. Aber man kann seit 2015, bin ich jetzt freiberuflich, und seitdem ist die Nachfrage immer gestiegen. Also ich kann mich da jetzt zum Glück nicht vor Aufträgen retten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Magic zu tun hat, aber es wird sicher kein Nachteil sein. Und es geht dann auch so in die Spiele-Richtung, digital oder Brettspiel, oder ist auch was ganz Fremdes dabei für uns, die wir jetzt hier sitzen und du sagst, ich hab da, weiß ich nicht, Buchcover illustriert, so Kinderbuchcover-Illustrationen oder so. Habe ich auch schon gemacht, ja. Ah, okay. Aber, also, ich hab angefangen mit Concept Art, hab ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Genau. Das waren dann oft Storyboards oder Colorscripts, also so kleine Farbskizzen, die die Leute dann für einen Film oder für so einen Trailer oder sowas brauchen, um so ein bisschen eine grobe Struktur für das Farbkonzept zu kreieren. Und, ja, Character-Designs und solche Sachen. Das war dann, das war dann so am Anfang, dann kamen so Brettspiele dazu, da hab ich dann mehr Illustrationen wieder gemacht, also, weil das sind ja wirklich Sachen, die dann auf das Produkt draufgedruckt werden, das finale Ding, weil Concept Art sieht man ja nie, das ist Pre-Production für das, für das einzelne, für den Film oder das Spiel. Und wenn die, wenn das Ding fertig ist, dann sieht man vielleicht, wo es herkommt, aber das eigentliche Concept Art sieht man ja nicht. Und bei der Illustration ist es genau andersrum, das ist am Ende, das wird dann auf das finale Produkt draufgedruckt und da ist mit dem Brettspielen dann schon verstärkt in die Richtung gegangen und dann kamen auch mehr Kartenspiele dazu und irgendwann dann halt auch Magic. Und es sind aber immer wieder auch Videospiele oder Filme, wo ich dran arbeite. Also, das ist jetzt auch noch so, also, das ist nicht nur, nicht nur Illustrationen. Ich mache auch viel Art Direction, also, wo ich dann eher für die große und großes und ganzes Design von einem Produkt mit verantwortlich bin, wo man dann halt mit vielen Leuten zusammenarbeitet, um letztendlich den Film gut aussehen zu lassen oder das Spiel. Da malt man dann vielleicht weniger selber, sondern leitet eher Leute an. Ist auch sehr spannend. Ja, und sehr vielseitig vor allem. Also, wenn du das so sagst und klingt so, als könntest du dann auch wirklich ein bisschen von einem zum anderen switchen und hast ja sehr viel Abwechslung drin in dem, was du tust und das klingt schön. Es macht doch auch sehr viel Spaß. Geil, wir haben noch eine Fragenkategorie. Möchtest du dir die Frage, die Rätselkarte dafür kurz nochmal vorstellen? Ja, wir sehen, ich beschreibe jetzt, was wir sehen, weil da ist nicht viel Text auf der Karte. Das stimmt. Warte, erst noch was, was du nicht erraten kannst. Sammlernummer 288. So. Ja, ich sag mal, es wird wahrscheinlich ein Land sein, wenn da nicht viel drauf ist. Ein Text. Falsch. Nein. Falsch. Na gut, jetzt ist es nicht. Wir sehen im Zentrum dieses Bildes, ich sag mal, es sieht aus wie eine Silhouette einer Person auf rotem Grund. Allerdings relativ klein. Und diese Person steht, Martin, du hast es ja auch vor dir, worauf steht diese Person? Oder hättest du es überhaupt als Person erkannt? Ich hätte es schon als Person erkannt, die steht auf einem Würfel und das ist einer von vielen Würfeln. Ja, okay, jetzt weiß ich es. Und es sieht fast ein bisschen aus wie so eine Eschersche Treppe. Ja, das dachte ich auch gerade nicht. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Ist irgendwie so ein Quadrat, was gelegt wird aus vielen Würfeln, wo aber ein Würfel fehlt, wie so eine Art Eingang. Man kann aber überhaupt nicht so richtig entziffern, was hier passiert. Ob das ein Objekt ist, ein Turm ist, auf dem eine Person steht, ob das einfach nur eine Stimmung ist, die uns hier erzählt wird. Wir sehen, das ist ein Full Art. Das heißt, hinter der Textbox unten kann man auch noch weiterschauen. Da sieht man eigentlich die Spiegelung. Es sieht fast aus wie eine Spiegelung dieser Person, die da oben steht. Aber es ist keine richtige Spiegelung, sondern es ist ein symmetrisch, aber weitergeführtes Teil der Illustration. Du weißt schon, um welche Karte es geht. Genau, es geht um den Pudelecker Stash. Ich weiß leider nicht den deutschen Titel. Versteck der Schmuggler. Versteck der Schmuggler, genau. Ja, also bei der Karte handelt es sich tatsächlich um ein Escher-inspiriertes Bild. Und zwar war der Brief, ein Labyrinth aus Kisten zu machen. Das war's. Ich muss mal ganz kurz fragen, diese Briefs sind wirklich so kurz, was man da kriegt, das ist wirklich, du kriegst dann nur zwei, drei Zeilen. Genau, also zwei, drei Zeilen trifft es gut, ja. Also das sind meistens ein paar Details zu den Personen, die drin vorkommen sollen. Also da gibt es dann meistens auch Referenzen in den Styleguide. Wenn da ein Ritter drauf sein soll, dann sieht der so und so aus, schaut auf der Seite nach. Und vielleicht noch ein Mood oder so, dass es irgendwie gruselig sein soll oder fröhlich oder sowas. Damit man sich ein bisschen orientieren kann. Und es wird auch meistens was vorgeschlagen, was die Personen darauf machen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich halte mich da selten dran. Das wollte ich gerade fragen. Also du hast da schon sehr viel Freiheit und die nutzt du auch und die werden dir auch gewährt anscheinend, weil sonst wäre es ja nicht im Druck gegangen. Genau. Also hier hast du bekommen irgendwie ein Labyrinth aus Kisten, war's? Genau, also da gibt es ja glaube ich auch, oder da gibt es ja auch die Version, die in einem normalen Artwork zu sehen ist. Und da ist das Kisten-Labyrinth ein bisschen konkreter drauf. Das habe ich glaube ich damals auch als Referenz bekommen. Also das Bild war da schon fertig. Und Anastasia of Chinikova, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die hat das andere, die hat den normalen Frame quasi gestaltet in dem Fall. Und da steht tatsächlich im Flavortext auch, Labyrinthe aus Tunneln unter den Straßen der Kaldaya bieten unternehmungslustigen Schmugglern jede Menge versteckte Wege. Also hier sind die Labyrinthe auch erwähnt und man sieht diesen Kistenhaufen. Genau. Und ich dachte mir halt, es ist mir zu langweilig, dass ich dann irgendwie das Kistenstapel und irgendwie so eine Art Mais-Labyrinth aus Kistenbau oder sowas, das war mir dann irgendwie, das war mir zu langweilig. Da habe ich gedacht, wie kann man das irgendwie stilisieren? Und da dachte ich mir, das wäre doch cool, wenn die Kisten angeordnet sind in einer Weise, wie es eigentlich gar nicht geht und da so eine optische Täuschung entsteht. Und der Typ, der da oben reinläuft, der läuft ins Labyrinth rein und schaut in dieses rote Tor und unten schaut er quasi uns wieder an. Also der schaut da rein und schaut unten wieder raus oder umgedreht. Und das ist quasi so ein komplett die Realität verzerrendes Labyrinth, was dann eben auch mit diesen Art-Deko-Elementen dann verschwimmt und die Struktur des Labyrinths wird zum Muster selber. Und man sieht aber trotzdem halt noch die Kisten an sich. Also die Kisten sind trotzdem noch das strukturgebende Element. Ich habe es gar nicht direkt als Kiste erkannt. Es ist angedeutet, jetzt wo du es sagst, sieht man diese Querbalken an diesen Würfeln dran, aber es sieht erstmal aus wie so kleine, auch wie so Gold, wie so ein Nuggets. Man hat ja auch gar kein richtiges Größenverhältnis, weil man diesen Typen gar nicht als Typen erkennt. Ich erkläre mal noch ganz kurz, was die Karte macht, der Vollständigkeit halber. Es ist ein Artefakt, kostet 5 und grünes. Die meisten kennen es schon, weil es ziemlich ikonisch ist, meines Erachtens, diese Karte oder von vielen sehr begehrt. Länder, die du kontrollierst, haben Tab, erzeuge einen Schatzspielstein. Viele haben sich darüber geschritten, ob diese Karte extrem, unfassbar, unrealistisch gut ist oder totaler Quatsch, aber alle finden sie richtig geil. Ist eine Mythic aus New Capena und ja, hat ein total verrücktes Artwork. Bei dem, kurze Frage, du wusstest, was von diesem Artwork hinter der Textbox liegen wird, richtig? Das heißt, die beschneiden dir dein Artwork nicht und du kennst sozusagen, wo sich was befindet auf dieser Karte. Also ich wusste, dass die Textbox da unten sitzt. Manchmal ist die ein bisschen höher, manchmal ist sie ein bisschen tiefer, glaube ich. Also das ändert sich bei manchen Frames ein bisschen. Ich wusste jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem war, aber ich wusste, dass da unter der Textbox was zu sehen sein wird. Dass es eine Transparenz dahinter sein wird. Genau, aber es wird schon immer gesagt, da braucht man keinen Wert drauflegen in dem Bereich. Die ist nur da, weil der Frame ein bisschen durchsichtig ist. Aber ich mache das ehrlich gesagt immer schon gern, dass man die Karte als Frame sieht, aber dann auch ohne Frame als vollständiges Artwork irgendwie sehen kann. Das ist ja auch bei den Triomen und so. Da ist ja unten auch immer dieser Typ drauf. Der wandert quasi dann immer zu dem Tor dahin. Und den hätte ich auch weglassen können. Das war nicht notwendig, dass da unten noch was passiert. Aber ich wollte eben, dass es als Full Art ohne Frame auch funktioniert. Und tatsächlich male ich auch für viele Karten, die überhaupt gar keinen durchsichtigen Rahmen haben, auch trotzdem da unten was hin. Veröffentlichst du die auch irgendwo, sodass man die dann mal sehen kann? Definitiv. Aber es hat mich halt noch nicht gemacht mit den Sachen, die es schon gibt. Aber da wird es in Zukunft einige geben. Okay, das heißt, wo können wir die Artworks finden, die du dann postest? Ich poste eigentlich alles dann auf den Social-Media-Kanälen. Also auf Instagram, Twitter, Artstation. Das sind so die Main-Plattformen. Verlinken wir alles auf jeden Fall. Bist du eigentlich der große Gewinner dieser Special-Frame-Euphorie, die Wizards jetzt ergriffen hat? Oder würdest du sagen, du könntest auch gut in diesen kleinen Kästen, die bei den Standardkarten sind, deine Sachen machen? Also du kannst es offensichtlich, weil wir haben ja jetzt genug Karten angeguckt, wo du es gemacht hast. Aber würdest du sagen, das macht schon mehr Bock, wenn du sagst, du hast keinen Rand und alles ist transparent und möglichst gar keinen Text drauf. Und ich habe eigentlich die ganze Fläche zur Verfügung? Also ich selber persönlich als Spieler mag die Karten ohne Rand mehr als die mit Rand. Also ich liebe das, wenn auch oben nicht mehr dieser kleine Fitzel hinter dem Namen noch Frame dran ist, sondern wenn der auch weg ist. Also wenn das wirklich bis an die ganzen Seiten rausgeht. Das gefällt mir persönlich einfach am besten. Deswegen macht es mir auch am meisten Spaß für die, was zu malen. Aber ich nutze auch meinen Platz sehr gerne in dem normalen Platz, weil ich kann, ich muss nur dafür sorgen, dass dies funktioniert. Ja, okay. Und kann aber gleichzeitig sagen, ich male die Karte noch größer, so wie es mir halt passt. Und solange das in dem Frame, wie sie es wollen, gut aussieht, kann ich da auch noch das erweitern. Das macht dann nichts. Weil wir haben ja auch festgestellt, dass dieser realistische Stil bei Magic auch jetzt nicht mehr, oder andersrum, dieser vielleicht auch ein bisschen abstraktere Stil oder ein bisschen mehr der Fantasie überlassende Stil, Der ist jetzt nicht mehr beschränkt nur auf Secret-Layer-Sachen, sondern der zieht auch durch Künstler und Künstlerinnen wie dich halt auch so in diese normalen Kartenwelt ein. Und das finde ich persönlich eigentlich ganz cool, dass das da auch irgendwie seinen Platz hat. Es kommt ja ja wieder, oder? Das war ja früher eigentlich auch stärker so. Dass da auch viel mehr Karten dabei waren, die jetzt, also die, wo man sich ja nicht sofort in einer realistischen Welt wiedergefunden hat. Genau. Das finde ich auch ganz, finde ich auch echt schön. Also auch wenn ich es jetzt nicht selber malen würde, würde mir die am besten gefallen. Ich glaube, davon bist du auf jeden Fall ein totaler Vertreter dieser Welle meines Erachtens. Ich meine, man hat zwar jetzt auch so Leute wie Drew Tucker und so wieder zurückgeholt, die irgendwie sehr, sehr viel mit Aquarell auch gemalt haben und irgendwie einen ganz anderen Style gesetzt haben. Und man erkennt das auch wieder, wie cool das ist, in dieser Nostalgie irgendwie diese Leute zurückzuholen. Ich meine auch, selbst Phil Folio durfte jetzt wieder eine Karte machen und es kommen auch wieder neue Karten von ihm und so. Und man öffnet sich einfach wieder dem, was man bei Magic lange Zeit durch einen sehr realistischen und vielleicht High-Fantasy-Stil so ein bisschen vergessen hat. Und das ist etwas, was ich liebe an Magic und wo sie die Karten mit tausend Foils, können sie die gar nicht so schön machen wie mit den Artworks dieser ganzen Artists. Und da bist du auf jeden Fall einer davon. Ja, das freut mich. Ich mag das auch persönlich sehr, dass sie so divers und unterschiedlich sind, die Artworks. Ich mag es, dass realistische Sachen dabei sind, aber ich finde es auch cool, wenn es Experimente gibt. Ist sehr langweilig, finde ich alles gleich. Hast du Lust, mal ein Öl zu malen oder analog irgendwie eine Magic-Karte zu illustrieren? Auf jeden Fall. Das wird nächstes Jahr verstärkt passieren. Echt? Darfst du das einfach machen? So mal ganz doof gefragt. Natürlich. Du kannst auch was schnitzen, haben wir ja gesehen. Ich kann letztendlich machen, würde ich sagen, was ich möchte. Hauptsache, das Bild sieht am Ende gut aus. Und das wird erproved. Also ich muss mich natürlich in ein paar Sachen halten, die da vom Brief vorgegeben sind. Aber auf welche Art, weiß ich. Das Bild dann anfertige, ist es dann doch mir überlassen. Ich muss schauen, dass ich es hinkriege, weil ich muss das üben. In zwei Jahren können wir dann sehen, was du da gemacht hast. Erinnerung im Kalender machen. 2024 wird gut. Ja, Geis, wir sind glaube ich durch mit unseren Fragen, oder? Hast du noch was im Köche? Ich habe tatsächlich noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar, du hast ja vorhin schon gesagt, du machst irgendwie Filme, du liebst Bilder, Artworks, du guckst ganz, ganz viel und du bist einfach auch ein Fan von dem, was du machst. Hast du noch so ein, zwei, drei Tipps vielleicht von anderen Dingen, KünstlerInnen, die dich beeinflusst haben, die du toll findest, wo man vielleicht auch noch weiter und tiefer in die, nochmal tiefer reinsteigen kann? KünstlerInnen, die dich beeinflusst haben und die du auch anderen ans Herz legen möchtest? Also, das ändert sich tatsächlich in regelmäßigen Abständen, wer mich da beeinflusst. Ich schaue mir immer ganz viele Künstler an, auf Artstation oder auf den anderen Netzwerken. Und da fallen mir natürlich auch immer ganz neue auf und dann rücken wieder andere in den Hintergrund. Aber es gibt natürlich schon so ein paar, die mir immer wieder, wo ich immer wieder zurückkomme, ein Piotr Czablonski aus Polen, den liebe ich sehr von seinen, seinen Artworks. Ich komme auch, vor allem bei New Capenna, habe ich mir ganz viel von Leindecker angeschaut, im Jugendstil und so weiter. Aber auch Alfons Mucha, finde ich auch ganz toll. Ah, toll. Sergeant, ist auch richtig cool. Aber auch bei Magic, Seth McKinnon zum Beispiel, liebe ich auch. Die Artworks sehen so cool aus. Ich würde sagen, auch sehr viel beeinflusst, was ich so in Magic mache. Ja, ich mag alles, was ein bisschen abstrakter ist, wo nicht alles gleich erklärt ist, wo man die Fantasie ein bisschen braucht. Ja, auf jeden Fall. Wir fühlen uns sehr, sehr gut, wenn wir deine Bilder anschauen. Und nicht nur durch den kleinen virtuellen Preis, den wir defilieren haben, können wir sagen, dass die super tasty sind. Und wir freuen uns extrem auf das, was vielleicht in der schon bald anstehenden nächsten Spoiler-Season auf uns da wartet. Du bleibst, Magic, auf jeden Fall treu, habe ich jetzt rausgehört und hast große Pläne, weiter dabei zu sein. Vielen lieben Dank, dass du uns Fragen abgestanden hast. Wir kommen jetzt aber noch zur Nachspeise. Du bleibst noch in der Leitung. Genau, du bleibst da. Natürlich. Weil wir noch was verlosen. Und du kannst dir schon denken, was es zur Nachspeise gibt. In Nürnberg ist noch ein bisschen hin, aber in sechs Monaten ist es soweit. Und dann gibt es Nürnberger Lebkuchen. Ja, ich bin ja ein riesiger Weihnachtsfan und habe das glücklicherweise auch vererbt an einem meiner Töchter. Sobald wir irgendwie aus dem Sommerurlaub zurück sind oder der erste Tag, der kälter ist, als der Tag davor, also sobald es Richtung Herbst geht, so meistens Anfang, Ende August, da geht es dann so, okay, wann ist Weihnachten? Wie lange ist es noch? Und genau, Lebkuchen gehören dann natürlich fest irgendwie dazu. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf, jetzt wo ich dran denke. Ja, wir begrüßen jetzt auch alle, die zum Ende geskippt sind und eigentlich nur wegen des Preisgerätsels hier sind. Ihr habt ein tolles Interview verpasst. Ihr habt leider verpasst, dass wir in der Mitte schon gesagt haben, wie man eigentlich an einem Gewinnspiel teilnehmen muss. Ihr müsst nochmal ein bisschen zurückgehen. Ja, das schneide ich dann in die Mitte rein. Aber willst du nicht wissen, ob der Lebkuchen ikonisch für Nürnberger ist oder nicht? Das würde ich schon wissen. Also ich verschenke immer einen Nürnberger Lebkuchen. Ich hoffe, ich tue damit nichts Falsches. Nee, tust du nicht. Es ist tatsächlich, da gibt es eine kleine lustige Geschichte. Ich mag die sehr, allerdings rieche ich diese Lebkuchen auch deutlich länger als nur in der Weihnachtszeit, weil hier die Luft von der Lebkuchenfabrik oft vorbeizieht. Und dann riecht es tatsächlich auch mal im Sommer sehr stark mit Lebkuchen. Es ist geil, aber es ist schnell auch nicht mehr geil. Also man muss dann mal das Fenster zumachen, wenn es zu sehr vorbeizieht. Aber an sich nicht der schlechteste Geruch. Ja, besser wie Butterfabrik oder so. Ja, ja, ich wohne ja in Berlin nicht weit von der Balsenfabrik entfernt. Und es gibt auch nicht weit von der Balsenfabrik, gibt es noch eine, also Keksfabrik, gibt es eine Kaffeefabrik. Und je nachdem, wie der Wind steht, riechst du Kaffee oder Kekse. Du hast auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du Bock hast auf Kaffee und Kuchen. So, aber jetzt verlosen wir was. Worum geht es? Ich erkläre mal kurz, wir hauen eine Karte raus. Dominik haut eine Karte raus. Und das ist Sendikars Rächer. Und der macht folgendes, ich lese es einmal vor. Ist eine Mythic natürlich, kostet 5 Mana und 2 Grüne, sehr teuer. Aber das, was sie macht, ist ihren Preis auch wert. Ist eine 5,5. Und wenn Sendikars Rächer ins Spiel kommt, er ist eine Kreatur, Elementarwesen. Und wenn Sendikars Rächer ins Spiel kommt, erzeuge für jedes Land, das du kontrollierst, eine 0,1 Grün-Pflanze-Kreaturen-Spielstein. Und auch diese Karte hat Landung, Landfall. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du auf jede Pflanze-Kreatur, die du kontrollierst, eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke legen. Und zack, hast du das Spiel gewonnen. Ich glaube auch, ja. Das ist ein guter Finisher. Hatte ich schon ein paar epische Spielzüge damit, auf jeden Fall. Genau, die verlosen wir. Und nicht nur die Spielzüge sind episch, auch das Artwork. Martin, versuch dich mal im Beschreiben dieses Artworks von dieser Secret-Lair-Edition. Ja, ich bin ja vorhin schon reingefallen, weil mir das bei Scryfall in der Reihe angezeigt wurde von den Sendikar-Travel-Posters. Und ich glaube, so in die Richtung geht es auch so ein bisschen. Also man sieht auch wieder diese helle Sonne so im Hintergrund. Aber man guckt dann durch so ein Wurzelwerk durch oder durch so ein Rankenwerk. Es sind Dornen zu sehen. Und der Rächer von Sendikar ist eigentlich auch geometrisch gehalten. Fast auch aus Dornen gestaltet. Also es ist eine ganz coole Illustration. Und man blickt quasi so durch das langsam auf den Betrachter zukommende Dornengestrüpp nach oben durch. Und ich glaube, das Letzte, was man sieht, ist der Rächer von Sendikar. Vor mir dann gleich. Der reißt auch so, sieht so aus, als würde er so seinen Maul aufreißen, was sich da so leuchtgrün öffnet. Genau. Also es ist auf jeden Fall mehr Elementarwesen als Kreatur irgendwie. Erzähl mal was dazu. Also die Idee war, dass die Personifizierung einer Pflanzenerde Elementarwesen Kreatur ist. Also das soll weniger Kreatur als wirklich diese, die Natur selbst sein. Die Essenz so ein bisschen. Genau. Und die Natur formt eben so eine Person oder so eine Kreatur, um ihrer Attacke vielleicht irgendwie eine Form zu geben. Und dass es nicht nur Ranken sind, aber man merkt, dass diese Kreatur eben sehr stark von der Natur selbst gestärkt und geformt ist. Wird so zusammengebaut aus Lian, aus Ranken, aus Erdteilen. Und der Betrachter ist quasi von unten, schaut nach oben und erblickt eben dann dieses sich gerade formende aus Steinen, aus Erde, aus Ranken, aus Gestrüpp, sich formende Wesen, das einem dann wahrscheinlich gleich dieses ganze Zeug um die Ohren hauen wird. Und er wird halt auch immer stärker und das ist ja irgendwie auch das Thema von der Karte, dass sich immer mehr Ranken, immer mehr Steine und immer mehr Zeug irgendwie an ihn dran heften und er wird immer mehr und mehr und größer. Und man sieht zwar nicht die ganzen kleinen Pflanzen, die er macht, aber man kann sich es gut vorstellen, dass aus diesem ganzen Zeug da eben die entstehen und dass die dann auch immer größer werden. Dass der die da so pumpt, wenn er dann lang ins Spiel kommt. Und ich wusste bei der Karte ausnahmsweise mal, was sie macht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, ist eine beeindruckende Karte, eine beeindruckende Illustration und die wird definitiv was hermachen, wenn ihr die ins Spiel bringt und alle sagen, was ist das denn? Boah, die gibt es in diesem Artwork auch, das ist ja Wahnsinn. Denn ich muss sagen, nicht viele haben dieses Artwork womöglich gesehen, weil es halt einfach eine Secret-Lehr-Edition ist und deswegen ist die wirklich was ganz Besonderes und du haust die auch noch in Foil raus. Das ist als Artist-Proof, Artist-Proof, ganz kurz erklärt. Das heißt, die Rückseite dieser Karte trägt nicht den Magic-Kartenrücken, sondern ist Blanko und dort findet ihr dann nochmal eine Illustration, eine handgefertigte Illustration, Bleistiftzeichnung, richtig? Genau. Von Dominik. So ist es. Von Dominik selbst. Was müsst ihr dafür tun? Um das zu bekommen, ihr müsst oder ihr könnt und solltet einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen zu dieser Folge oder ihr retweetet den Tweet, mit dem wir diese Folge anpreisen und folgt uns dazu zeitgleich auf Twitter. Und aus allem, die das gemacht haben, verlosen wir dann den Gewinner. Ihr habt dafür zwei Wochen Zeit nach Erscheinen dieser Folge und Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und dann gucken wir mal, wie viele, ob wir den hundertseitigen Würfel brauchen, um auszulosen. Aber einen Gewinner oder eine Gewinnerin wird es geben. Vielleicht können wir noch eine kleine Aufgabe an die Community stellen. Mein Plan ist im Moment, ein kleines Deck zu bauen, was als Thema verfluchtes Haus hat. So eine alte Villa, in die der Spieler reingeht oder der Gegner und ihm greift alles an, was da drin so rumsteht. Sei es ein altes Bücherregal oder ein uraltes Buch oder sowas, das nach dir schnappt. Und da gibt es, ja es ist schwierig, sagen wir es mal so, die passenden Artworks und Karten zu finden, die dann ein Deck daraus machen. Das können Schlingpflanzen sein, die sich an der Wand des Hauses entlang wabern. Das können aber auch, wie gesagt, Gegenstände sein. Es sollen eben keine Kreaturen sein, vielleicht mal ein Poltergeist oder so, oder mal eine Spinne oder so, aber nichts Kreaturenmäßiges. Es soll wirklich sein, dass sich das Haus selber zum Leben entweckt. Für welches Format suchen wir? Commander. Okay, also kann man breit auswählen. Hast du schon einen Commander, das heißt, weißt du schon, welche Farben du brauchst? Das ist ein sehr großes Problem, weil ich hätte ja natürlich gern ein Haus als Commander. Und da gibt es natürlich auch die aus, aus Crimson Wow, war es glaube ich, oder war es? Ja, dieses Hostel, das da. Das Hostel-Hostel, genau. Ja, genau. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre natürlich perfekt. Das Problem ist, es ist halt nur schwarz. Und ist eigentlich nicht wirklich Commander-regelkonform als Commander spielbar. Aber da könnte man vielleicht eine Ausnahme machen. Schwarz ist natürlich erstmal kein Problem. Da kann man ganz tolle Decks bauen, nur mit schwarzen. Das ist richtig, aber ich will ja auch Schlingpflanzen, wie gesagt, und alles mögliche Sachen rein. Das muss schon ein bisschen grün sein. Das Haus muss leben, das heißt, da müssen so ein paar Sachen auch Kreaturen werden. Schwarz-Grün, vielleicht auch so ein bisschen Rot sogar. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Es könnte auch so ein Opferdolch drin liegen oder sowas. Oder vielleicht geht man in den Keller und da ist irgendwie so ein Spiegel, wo man, oder ein Dachboden, wo man reinschauen kann. Da gibt es auch diesen coolen Spiegel, der so, glaube ich, so ein Dämon wird oder so. Solche Sachen. Und ganz wichtig, selbst wenn das vielleicht von dem Thema her passt, also wenn das vielleicht vom Buch draufsteht oder sowas im Titel oder so, muss das trotzdem auch vom Artwork in dieses Haus passen. Also es darf jetzt nicht irgendwie ein ganz komisches Artefakt-Ding sein oder so. Es soll irgendwie so ein gruseliges Haus sein. Es ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Wer quasi zu den ganzen Bedingungen noch ein Artwork oder eine Karte hat mit einem entsprechenden Artwork oder was und das noch mit uns teilen kann, der kriegt einfach noch einen extra Namen in den Lostopf rein. Also er kriegt seinen Namen einfach noch ein zweites Mal in den Lostopf mit reingeschmissen. Oder Martin, können wir das machen? Das können wir machen, wir müssen es halt bloß auswerten können, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ein guter Versuch zählt auf jeden Fall. Also ihr könnt auch einfach ... Das muss nicht perfekt passen. Genau, also auch wenn ihr diesen Sentika-Avenger nicht gewinnen wollt, könnt ihr Dominik trotzdem Karten empfehlen. Das würde ich, glaube ich, weil das Denken muss ja irgendwie fertig werden. Wenn das Deck fertig ist, dann teile ich es auch. Okay. Oh, nice. Dann machen wir das und genau, die sonstigen Regeln wie beschrieben. Ja, vielen lieben Dank, dass wir das machen können, Dominik. Vielen lieben Dank, dass du hier bist und diese schöne Karte mitgebracht hast. Ja, danke euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Bevor wir dich gleich verabschieden, noch ein kleiner Hinweis. Du bleibst uns kurz noch für ein paar Minuten erhalten, denn für unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer machen wir nämlich mit dir eine Folge Booster-Spaß. Nehmen wir auch gleich auf und wir machen ein Zeitspirale-Booster auf und gucken, was wir da für tolle Illus drin finden und ob dich davon eine total anspricht. Und das finden wir gleich raus. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die uns unterstützen bei Steady. Das sind Daniel, Lutz, Söhnke und ganz neu Axel. Grüße gehen raus. Danke, Leute. Und wir bedanken uns natürlich auch allen, die uns zuhören einfach so und kommentieren einfach so und uns weiterempfehlen einfach so. Das macht ganz viel Spaß mit euch, diesen Podcast zu machen und wir hoffen, diese Folge hat euch auf jeden Fall auch wieder gefallen. Uns hat sie sehr gut gefallen. Unsere Website findet ihr unter www.tasty-mtg.de und auf Twitter findet ihr uns unter attasty-mtg. Und in diesem Sinne, tschüss, ihr Lieben. Danke an Dominik erstmal. Gerne. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Gerne wieder. Tschüss. 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 Tschüss.